Christian Mauersberger ist ein deutscher Fußballspieler, der seit Sommer 2015 beim FC Schalke 04 unter Vertrag steht. Sportlicher Werdegang Mauersberger erlernte das Fußballspielen beim VfB Annerberg 09. Im Jahr 2007 wurde er vom Chemnitzer FC entdeckt, für welchen er fortan spielte. Bald wurde auch der DFB auf ihn aufmerksam. Er absolvierte Freundschaftsspiele für die U15, U17 und U18 Nationalmannschaft. In Chemnitz als großes Jugendtalent gefeiert, verhalf Mauersberger der U19-Mannschaft entscheidend zum Aufstieg in die U19-Bundesliga. In den zwei Relegationsspielen gegen die Auswahl des TSV Havelze, welche in der Summe 3 zu 1 für Chemnitz endeten, konnte er zwei Vorlagen für sich verbuchen. In der Folgesaison traf Mauersberger in 24 U19-Bundesligaspielen viermal. Nach dem Abstieg der U19-Mannschaft wurde Mauersberger zur Saison 2013 14. in den Profikader der Himmelblauen aufgenommen. Papier Jefe des Saison district 14. in 2019 Im Jahr 01.30 5.50 Im Jahr 2018 die USA, die in der Sonne des Säper-Bundesliga. Im Jahr 2020 14. Im Jahr bleibe 이� stance